Hakunat, meine Tadas-Muchachos, herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr wieder einschaltet, meine Freunde, zu einer weiteren Runde. Rainbow Six Siege rankt. Heute wird's richtig sweet. Wir zocken auf Kaffee Dostoevsky. Ist auch schon ein bisschen her das letzte Mal. Und zwar zocken wir mit einem richtig fetten Ehrengast. Ja, ich bin nämlich da. Jawohl, dankeschön. Und Blackbeard to Bullock. Hallö. Hallö. Gut luck, Hefan, um einfach mal wieder ein bisschen Zucker reinzubringen, ja, nicht immer nur Salz. Übrigens, letzte Runde, die wir gespielt haben, gibt's nicht zu sehen, denn Ubisoft hat uns eiskalt aus dem laufenden Match rauskatapultiert und dann uns noch eine schöne 60-Minuten-Strafe aufgedrückt. Ist das nicht schön? Das war echt bitter, ey. Wir haben euch auf die Schnauze bekommen, wir haben uns wieder hochgecarried, haben uns in die Verlängerung gerettet, war in der Verlängerung dann sogar in der Führung. Und als die letzte, für uns, wahrscheinlich entscheidende Runde, mit der wir das Ding geholt hätten, angebrochen ist, einfach alle rausgeflogen, nicht mehr reconnecten können, Client not responding, 60-Minuten-Apo-Strafe, geil. Ja, und halt vor allem keine Aufnahme, ne? Und das, obwohl wir uns so schön gerettet haben. Das war schon echt sad. Aber dafür werden wir jetzt komplett rasieren und eine Wiedergutmachung fordern. Scheiße, Digga, hier wollte ich gar nicht hin. Hier werde ich doch bestimmt weggeflex, oder? Fuck, ey. Okay, ich bin jetzt noch bei Termite geblieben. Ich glaube, schaden kann das nicht. Und ich würde gerne standardmäßig in Zigarrenhaus reinlachsen. Ist ja Hosenflöte, es wäre super, wenn du die Hatches auf dem, äh, auf dem Stand geschlossen machen würdest. Jo, komm hoch. Bin ich zu Hosenflöte? Hallo. Aktiviere Drohne. Okay, da springt einer raus, okay. Oh. Oh, Baby, da habe ich einen Schädel gesehen, hallo. Ist doch schon alles auf. Jetzt ist es auf, ja. Okay, Stacheldraht, brechen kann man hier, sehr schön. Das ist aber ein Zigarrenhaus, gell? Oh. Oh, kann man einfach reingehen jetzt? Oh, ich hoffe doch. Ich glaube, in Zigarrenhaus war was, aber Sophia ist drin. Ich würde jetzt auch reingehen. Wo? Ey, genau vor uns. Hinterm Drehen, genau dahinter, hinterm Tresen, hinterm Tresen. Der Tresen vor dir, genau dahinter. Ne, wo? Du bist woanders. Nice. Haben wir jetzt wieder alles weggegeben? Ey, der holt sie einfach alle, ne? Kommt der noch zurück, meinst du? Mit diesem beschissenen Dreckspot. Wo denn? Wo ist er denn? In Zigarrenhaus. Dann... Hier ist der Dock. Dock, Marvin, hol dir Dock, hol dir Dock. Nice. Nice. Weg, weiss der Galange. Rechts. Wow, guck mal, was ich geschrieben habe. Einfach wieder den Chat geöffnet. Wuhu. Wie konntest du denn im Chat schreiben und gleichzeitig schießen? Ich bin einfach multitaskingfähig, Bruder. Wieder oben. Bester Interviewpartner. Okay, finde ich interessant. Dann spawne ich diesmal... Das mag ich diesmal. In a river. Nein. Park. Park. Marvin sagt auch nur Park, weil er Park mit englischem Akzent sagen will. Ungefähr so wie Tracen. Na, lo, go. Ganz geil, wenn Park, wenn Park nicht richtig wäre. Hier am Fenster ist es geiler. Oh, da sind wieder einige Leute von Battle Eye weggepümmelt worden. Alter. Alter. Sehr schön. Was? Sehr schön. Nimm ja gar kein Ende. Okay, endlich. Das war eine fette Partei, sag ich euch. Okay, das riskiere ich nicht. Okay, den lassen wir auch nochmal weg. Hier unten auf Red Stairs ist der eine, oder? White Stairs will ich was. Das war oben aufs Piano. Ace, can you bitch? They got Capcom. Ja, wollen wir da nochmal rein, da? Unten in Pillar ist was. Okay. Wir sind echt zu viel, ey. Fuck. Holy moly. Ich fahr nochmal eben mit meinem Tracen hier rum, ne? Ich hab immer noch Schiss, dass von hinten der Tiefel von den Stairs noch kommt. Ja, hab ich. Okay, wir können schon. I'm planting. Ich habe mich. Wurden injured, ich vergesse. Okay. Einer könnte injured sein. Nice. Hosenflöde. Hallo. Wo? Weiß er nicht. Hä? Lol. Lol. Oh, fuck. Ach, Mann. Was? Hallo. Guck mal, da wurde schon auf mich geschossen. Da unten war er irgendwie. Und dann? Hä? Hä? Ich bin da langgelaufen, Mann. Hä? Könnt ihr mir bitte sagen, könnt ihr mir sagen, was da passiert ist? Wolleck auf dich geschossen, oder? Ja, ich hab, äh, ich dachte, da wär er alle bei. Ach sooo. Digger, ich bin ja so ein fucking Profi, ey. 5-0, Bruder. Uuuuuh. Und ich dachte, er wäre hinter mir hergelaufen. Und dann so, hä, steht sie da plötzlich. Meinst du, wir gehen ins Kitchen? Bestimmt, oder? Boah, sollten sie mal versuchen. Ja, Kitchen. Dann würde ich nämlich, äh, oben reingehen. Skylight und dann runterkämpfen. Dem Kite. Dem Breed Schuss. Ihm wird, äh, Maximul lustig. Ähm. Doch, ich glaube, ich würde auch oben reingehen, die Decke aufmachen und versuchen, dass wir beetschen können. Okay, dann machen wir das. Gute ist nämlich, dass ich da okay bin. Da würde ich, glaube ich, sogar bei Trainmuseum reingehen. Ja, müssen wir definitiv. Dem Kite. Wir müssen ihm Luchos. Und damit meine ich nicht an seinem Zipfel. Piks, Piks, Piks. Oh, da war einer. Oh? Trains, Trains. Ist auf jeden Fall einer rübergerannt gerade. Ja. Habe ihn fast bekommen. Können ihn natürlich gleich anrufen, ne? Gehen, der erste Mal, äh, Claymore. Also Skylight würde ich reingehen jetzt. Anrufen, dann reingehen. Was sagt er dazu? Oh, shit. Skylight? Äh, man sitzt oben im Piano. Hm. Ja, da ist sie gerade gewesen. Ich rufe an. Gleich. Ace, can you ping the wall you want to breach? Ich darf nicht sterben, bevor ich nicht den Scheiß hergemacht habe. Oh, habt ihr irgendwie Support für mich oder so? Also, also... Oh, ja, sie ist immer noch hier. Oder nicht? Ich markiere sie. Hier, da. Geh red hoch und hol sie dir. Er sitzt jetzt über mir. Kannst du sie nochmal drohen oder so? Hä? Ich bin gerade red. Ja. Ja, aber die... Oder war die unter mir? Ich muss wissen, wo die ist. Dann würde ich jetzt nochmal anrufen und Skylight springen. Warte mal. Smoke in the bakery. Calling again. Warte, jetzt ruhig, bitte. Achter, ihr will überbrückung. Hast du die alle bei jetzt? Nee. Bin jetzt aber oben. Muss mich jetzt, glaube ich, nochmal so langsam nach unten kämpfen. Ja. Wir sind 31. Äh, 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 ist schon über hier. Einer von euch muss noch über Bakery gehen. Hier steht alle vor einer hier. Ich bin noch frei. Nee. Fuck, ey. Ich bin drin. Plant, plant, plant. Go plant. Ace, plant. Hey, hallway, hallway. Fuck. Hallway. In Fridge. Hallway in Fridge. Oh, schade. Schade, ey. Ey, dass da wirklich noch jemand hallway ist, ne? Ich wollte gerade den links pushen und dann ist das nur ein Alibi-Shit gewesen, ey. Digga, bei mir vibriert schon wieder alles, ey. Ich bin schon wieder... Ja, der auch. Nee, aber die sind bei mir gerade vor meinem Haus, reißen die die komplette Straße auf und machen da alles neu. Und, äh, das ist mega... Die fangen eiskalt. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist, aber die fangen eiskalt morgens. Um 6 Uhr fangen die an, ne? Äh. Ja, da, wo alle Menschen das arbeiten, auch mal anfangen. Um 6 Uhr. Ja. Richtiger Lex, ey. Egal, wenn die um 8 Uhr anfangen dürften oder um 7 von mir aus, okay. Aber um 6? Mit schwerem Baugerät, mit Baggern und sowas, dass der Boden hier vibriert? Ist sicher. Na, Siggi. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich verboten. Wahrscheinlich dürfen sie das gar nicht. Und das ist vor allem jetzt schon seit über einem Monat, glaube ich. Jetzt seit über einem Monat in der Woche, jeden Morgen um 6 Uhr. Und irgendeinen Bagger, äh, geweckte, äh, gesternet. Aber es war jetzt halt leider auch nicht so kühl, dass man aufs Fenster öffnen verzichten kann. Richtig Badluck, Brian, äh. Ja. Das Wetter dazu war halt schon echt scheiße. Hier so ein bisschen reinforced. Ja, okay. Ich roame mal, ja. Ja! Boah! Alter! Wolltest du das schon leider? Ja. Sledger, wolltest du das? Alter Schwede, ey. Ey. Digga, ich wollte gerade, ich wollte gerade weggehen. Ey, fickt mein Leben. Och, scheiße. Oh, ne 10 AP unten bei Pillar. Unten Pillar? Ah, fuck ey. Ja, an der Tür. 10 AP, wirklich eine Kugel. Digga, wird schon wieder ganz schön krass gebannt, ey. Oh, hier kommt einer rein. Mein Schreibtisch vibriert einfach. Top-White-Nöck, Top-White-Nöck. Habe ich. Nice. Nice. Ich glaube, in New Hedge kommen sie jetzt. New Hedge. Skylight, Skylight. Oh mein Gott, ey. Nein! Nein, Digga, was war da los? Ich hab so scheiße gespielt. Ich hatte nicht eine Kugel getroffen. Alter, das war, das war nicht, also das muss man erstmal hinkriegen, so scheiße zu spielen. Scheiße. Dafür kannst du so schlecht sein. Okay. Ja. Ah, so ein Kackarsch, ey. Aber diesmal stehe ich da nicht voran. Das war echt ein Satz mit X, ne? Das könnte fast das erste Mal gewesen sein, dass ich vom Fenster geholt wurde. Nice. Green Forst. Ich glaube, ich kann mich gerade schon wieder beschweren. Kann das sein, dass überhaupt hier irgendwie niemand wie in den Forst? Braucht ihr irgendwo noch ein Mute-Gerät? Überall, wo du Türen zumachen kannst, ne? Also Mute-Gerät wäre zum Beispiel hier, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ja, das kann man zerstören, ne? Auf White ist auch nicht schlecht gewesen. Auf White ist schon einer. Ja, mach. Nee, da. Da ist keiner. Okay, ich schwinze jetzt in Wash-Room rum. Wash-Room. White-Window. Röppelt einer. Signal Disruptor. Ja, das war, glaube ich, ein Moment. Ey, White-Window auch hier bei mir an der Seite? Südseite oder nur bei dir? Bei mir hier. Ja, Jackal tracked. Oh ja, tot. Super. IQ bei Pillar. Geht jetzt in Library. Shit, ey. Kann sein, dass wir Jackal nicht gebannt haben. Ich chill jetzt hier und verteile schön meine Lesion-Traps, ey. Ey, ja, ja, mach das. Gerne auch in White. Ja, White dürfte schon. Eine ist da. Ich hau mal ab hier. Warum? Wofür? Oh, pass auf hinten. Ja, Red Stairs dropped. Ich bin... Skylight dropped. Ibana pushed. Ibana's pushing. Woh, woh, woh. Woh, woh. Woh, 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 Woh. Woh, Woh, Woh. Woh, 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 Woh. Woh, 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 Woh. Nice. Ich passe links auf, Deco. Ich passe links auf. Also hier. Zwei in Siga, Zwei in Siga. Zwei in Siga. Zwei in Siga. Pusht. Marvin an der Tür. Musst du nachladen. Tür zu Siga. Jackal. Das ist der Wander. Nein! Wo war da eine Nomad-Scheiße? Ah, fuck, ey. Boah, die ficken uns im Angriff ab Richard auseinander. Hm. Ich... Okay. Ah, ey, Digga. Ich... Ich hatte einfach die Nomad-Wehr-Lust vor mir und auf einmal laufe ich in so eine Nomad-Scheiße rein. 0-4 ist übrigens einer noch im Gegner-Team. Nice. Scheiße, ey. Alter, hab ich die... die Nomad-Charge einfach nicht gesehen, ey. Ich hab ja auch das Gefühl, dass es durch ist, wenn er durch ist. Ah, ne, hier. Wir haben... Bandit haben wir dabei, ne? So, Richtung Wide, müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen bumsen, ne? Äh, rompt ihr, oder? Wollte eigentlich noch losgehen, ne? Aber ich muss sagen... Ich hab jetzt vor Jackal ein bisschen Angst. Ja, ich hab schon einen abgekriegt. Wir können nur zusammenzocken. Furzflöte! Hier rappelt auch einer gerade, ne? Digga, dieses Timing einfach, ey. Oh, Entry! Die weiß. Das heißt, die sind schon unten? Oh, okay. Bei White unten hat die ein Loch geschlagen. Drinne. Okay. Der war verletzt. Nomad tot. Kill assist. Auf Pink Sing. Nirvana. Nirvana hab ich. Das sieht ganz gut aus. Ich höre und sehe erstmal gar nichts. Same. Mhm, mhm. Freezer open. Freezer open, okay. Okay, bei White. Kommt von Top White gleich runter. Oh, no. Irgendwer rappelt hier noch einer. Ich glaube, das ist, äh... Südseite. Ja. Südseite rappelt jemand. Aber... Ich suche dich wahrscheinlich. Ja. Aber ich spiele noch Zeit. Ja, rappelt am Südseite. Oben bei mir war ich. Okay, hätte ich wieder irgendwo gelandet? Achso, auf dem Dach. Oben auf dem Dach, ja. Ich hoffe, der droppt jetzt nicht hinter mir einfach. Sag... Sag mir, wenn der Skylight irgendwie droppt oder so'n Scheiß. Snyder... ...aimt. Wolle ich gerade hin. Aber ich höre ihn laufen hier oben. Immer noch oben? Krass, ey. Ja. Wo ist das? Pillar. Oh, es war ein Fenster. Ist das Fenster da offen bei Pillar? Das große? Nee. Die Tür. Ja, aber ich habe eine Scheibe klären hören. Nee, dann ganz unten. Unten Brown Stars. Oh, Brown Stairs. Oh, okay. Inside. Okay, dann sollen wir uns bewegen. Genau unter mir. Planted, replanted. Hab ich. Nice. Planta ist tot. Good job. Pass auf, der immer. Fangen wir. Ja! Die Fruchtwaffe! Nein! Eine komplette Runde zugeschaut. Oh. Eieiei. Die haben... Aber auch wirklich... Good job, Marvin. ...lange runtergespielt, ne? Krass, ey. Merci. Ich spiele so ein Bild zusammen. Unfassbar. Er hat sogar noch... ...einen Toten als ich. Aber er hat auch drei Assists. Also, man muss sagen, eigentlich läuft es bei ihm besser als von mir. Eigentlich. Eigentlich. Digga, wie viele schon wieder gebannt werden? Was geht gerade ab, Alter? Weiß. Weg mit die Viechers! Schon krass, ey. Moin. 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 Servus. Sie haben schon zu? Ne, noch nicht. Digga, falsche Seite außerdem. Okay, hier noch einen. Und dann... Boah, chill ich mich, glaube ich, ganz nach oben. Ja. Hat das auch Furzflöte. Hi. Moin. Wechselmagazine. Halter, Flöte. Halter. Digga, boah, ist ja gar nicht deine Runde. Ey. Ich konnte seinen Haaransatz sehen. Ey, ich... Ey. Einfach nein, ey. Einfach nein. Es funktioniert... Ja. Es funktioniert aber nichts. Egal, was ich anfasse, es geht kaputt. Die Runden gibt es leider. Furzflöte, siehst du irgendwas? Hörst du irgendwas? Nein. Das ist noch nichts. Oh, ja, ihr was drinne. Was heißt hier? Vakery. Wir müssen nach unten, wir müssen nach unten. Das war nicht gut, ja. Wisst ihr, ob hier schon was geht? Richtung Wide, oder? Auf irgendeine Waffe, ich war noch an Hängen. Ja, danke. Habe ich. Jetzt gehe ich wieder weg. Kireya-mäßig. Ich muss aber, ihr müsst irgendwie zurück auf den Spot. Das ist niemand on-Spot. Ja. Ja. Ich fände eine Twitch-Drohne rum. Ich bin hinter dir. Twitch? Twitch im Bakery. Twitch im Bakery. Oder? Ja. Ich habe einen gelegt. Wirklich? Ich glaube, hier oben. Ich denke, das war ein Chimmy. Alter, was hat denn, hat der einen Ping? Nee. Hä? War ganz, ganz merkwürdig. Okay, Diffuser ist bei allebei. Sehr schön. Und zieht euch vielleicht zurück. Und oben habe ich eigentlich noch ein paar geile Traps eingebaut. Ja, geil. Komm, Twitch. Lauf rein. Ja. Schön. Hammer. Schön geschossen. So, Dico, jetzt musst du am Leben bleiben. Jetzt, ja, jetzt sind wir im Angriff wieder, ne? Ja. Alter, aber, also meine Defense-Runden waren ja, ich meine, im Angriff war auch nicht viel los bei mir, aber im Defense war ja richtig, richtig gefickt, ey. Passt auf, dass ihr nicht wegge-headshotet werdet vom Spawn aus oder so ein Kack, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall der Höhepunkt, ey. Ich glaube, da muss ich alter flirren und eine weitere Abbruchstrafe in Kauf nehmen, wenn ich jetzt auch noch weggebitcht werde. Hm, das ist ein Piano, wird schon gefeuert. Okay, auch was, weil hier sind mittlerweile zwei Heartbreach-Jettels. Ah ja. Mira-Window habe ich aufgemacht. Das wusste ich noch gar nicht. Mira-Window ist auf. Oh ja, schon richtig viel wert, ey. Geil! Wer macht den Hedges auf eigentlich? Geht den Hedges mit einem MG auf? Nee, oder? Wenn du lange drauf hältst, ja. Aber ich kann nie kurz mal mit meinem DM aufmachen. Someone is white. Aber oben noch. Dann gehe ich hier weg. Zigar-Launch checken. Oh, Zigar-Launch ist aber egal. Toll, was macht ihr das denn für die Defense? Wie soll ich denn da fusen? Okay, fusen wird sehr schwierig. Ich bin hier auf jeden Fall. Nein, 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 nein! Ich wollte eigentlich aufs Dach. Jetzt bin ich am Arsch. Da ist auch noch ein Wamei-Gerät. Das hau ich weg. Okay, da ist Mira. Versucht, das Mira-Fenster da auch zu öffnen, ne? Im bathroom ist Jäger oder sowas. Okay, war nicht Jäger. Das ist gut. Hm. Kann ich euch irgendwie supporten? Schwer. Kommt irgendwas von White zurück? Wenn, dann stehe ich hier. Hier, White ist der Wamei. White, White Wamei. Den hätt ich haben müssen. Fuck. Wären es nur noch zwei gewesen. Dann muss man das Ding aktivieren, ne? Ja, ist verletzt. One bad. Nice. Okay. Fuck, wir müssen uns beeilen, ne? Digga, ich hab's viel zu lange gebraucht. Echo tot. Lens kommt. Ja! Oh, das ist nichts. Kommt Pro-Bosser. Digga, komm mal, wo ich war. Ich war so ein Vogel. Hab nichts gemacht. Und dann schieß ich in den Arsch. Boah, war das ein Game, ey. In den Arsch! Also, ich hab einen gekillt, einen injured und ich hab immerhin geplantet noch am Ende. Ja, kein Alpha-Pack. Alpha-Pack, Level 90 im Battle Pass. Und Alpha-Pack bei 27 Prozent. Oh yeah! Dem Schmacko fatzen wir. Oh yeah. Sehr schön. Okay, muchachos. Wenn es euch gefallen hat, wir würden es euch das... Wir würden uns sehr freuen über ein Däumchen nach oben. Außerdem könnt ihr sehr gerne die Beschreibung abchecken. Dafür den Link zum guten Bolleck. Der hat, ähm... Ja, so mittelmäßig gezockt, aber reinschaut, holt sich bestimmt trotzdem. Der wird sogar vielleicht das Video auch rausbringen. Außerdem... Ja, 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 ja. Außerdem, muchachos, natürlich sehr gerne die Kommentare hören, ob ihr noch mehr Folgen mit dem guten Bolleck sehen wollt. Und unsere Beschreibung auschecken für unsere Partner. Bis zum nächsten Mal, Eingau. Und danke für den Support. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. 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 Bye, bye.